und es kann schneller schießen oh fuck, das war nicht gut ah fuck aber eins müssen wir da hin ich würde jetzt aber mal eins interessieren, haben wir jetzt? ja, haben wir, ok ach, scheiß drauf na nein, sind hier überall abgründet und das ist uncool wir haben da nicht ein Subtank, fällt mir gerade so auf das hier ist uncool das ist auch uncool, ja das nicht das war gerade sehr knapp, ehrlich gesagt okay, gibst du uns auch Energie? Ja, natürlich nicht Ah du. Da fall ich auch wie immer rein. So. Oh, oh, oh. Aha, verdammt. Na gut, eins kann man, denke ich. Eins ist in Ordnung. Hoffe ich. Ich habe nämlich keine Ahnung, was er dadurch bekommt. Dann scheint die Unendlich schießen, weil er hört nicht mehr auf zu schießen. Eins könntest du echt mal kaputt gehen. Weil es ist ja schon fast so viel aus wie ein Boss irgendwie. Danke. Ich dachte schon, es passiert heute gar nicht mehr. Und er hat uns nicht... Wir sind beim Boss. Da benutzen wir das hier. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Hey, mach dir nix draus. Ich treff dich auch. So. Siehst du? Voll auf die Mütze. Booms. Booms. Ha. Langsam bist du ein klein wenig unfair. Da geht man einmal der Annahme, ja. Ja, genau. Das trifft mich natürlich. Ja, das trifft mich. Na. Ha. wenn es so weitergeht macht er uns gleich nochmal fertig könntest du mal aufhören um mal zu springen jetzt oder mal wieder runterkommen das wäre auch cool war cool wir haben keins mehr ja das was wir erwarten dass wir jetzt sterben ja schön ich mag nicht diese idee die du da machst was zur Hölle ach stimmt der kann man glaube ich nur schwer ausweichen dieser attacke ich hasse es wenn er das macht und einfach wieder runter springt nein 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 ja wir können jetzt erstmal nicht schießen ähm könnt es das auch wieder sein lassen ne kann man da überhaupt ausweichen außerdem wenn der jetzt das immer macht jetzt hat er mir alles genommen da kann man doch gar nicht ausweichen hallo ich kann doch noch schießen na ich glaube das kann man vergessen so wenn sie uns noch einen schuss in meiner geheimwaffe hätte dann wärs ja da kannst du mal damit aufhören ja genau und jetzt springst du natürlich 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 renne ich genau rein warum auch nicht ist ja nur der Feind fuh 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 Ja, ab da kommst du irgendwie nicht mehr raus. Ne, ich komm da einfach nicht mehr raus, ab der Stelle. Was will er mit dem Netz noch wegnehmen? Ich bin doch fast nix mehr. Hallo, ich komm nicht mehr die Wand hoch. Was willst du mir denn jetzt noch wegnehmen? Puh. Du kannst ruhig wieder runterkommen. Oh, danke. Puh. You got Magma Mind. Magnet Mind. Gut, dann wird's mal sagen, wir sehen uns nächstes Mal bei Megaman X. Ciao, ciao.